Nein. Er ist lieb zu mir. Er ist lieb zu mir. Hab ich ein Glück. Okay, hab ich ein Glück. Oh, der ist so doof. Der ist so doof. Du bist ein Arsch. Du bist ein richtiger Arsch. Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer kleinen Runde PvP-Action in Minecraft. Und heute habe ich mir ausgesucht, da, 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 survival games. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, und da sind wir auch in Gang. Wir spielen, so, wir versuchen immer noch auf Five zu spielen. Diesmal Survival Games 4. Wir hoffen, dass es diesmal ein bisschen besser läuft. Wahrscheinlich habe ich eben eh schon einen Clip davor geschnitten, den ihr gesehen habt. Von daher, ähm, habt ihr gesehen, was für einen Spaß ich hier habe auf dem Server. Also, es ist super, klasse, spitze, echt. Es ist wirklich so, ach, ja. Ey, ein Arsch nach dem anderen, wirklich. Man kann es die anderen sagen, es tut mir leid. Aber die sind heute echt alle arschig zu mir. Oh, muss ja aufpassen. So, hier, keiner, was. Oh, ich bin auch gerade gar nicht gut im Looten. Ah, es tut mir leid, aber... Irgendwie muss ich ja hinterher rennen und töten. Wie sind die jetzt gestorben? Hä? Null. Ah, super, die Rüstung. Die richtig tolle Sache. Nice. Was, wie, mehr Essen wäre super. Da trägt man sich noch eine Kiste. Könnte das etwa eine Runde werden, die ich wirklich nehmen kann für meine Aufnahme, für euch. Wie gesagt, die Runden davor, die waren echt... Die waren so kurz, das... Nee. Oh, keine Kiste. Ich sehe einen Namen. Noah Craft. Die hat eine andere Richtung, okay. Da ist einer. Da ist einer. Hallo Ninja. Oh, ich habe den schon mehrmals gehauen und trotzdem läuft er da ganz langsam weiter, okay. Ich weiß nicht, ob der an der Kiste war... Oh, der war hier nicht dran. Sehr schön. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Oh, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so wenig rede. Ich bin gerade so... Eben war ich die ganze Zeit demotiviert und jetzt habe ich eine Runde, die einigermaßen läuft. Jetzt bin ich so konzentriert. Kann ich mir vorstellen. Ich möchte nicht schon wieder versagen, ey. Es ist 10 vor 12. Um halb 12 habe ich angefangen, PvP aufzunehmen. Vor 20 Minuten. 20... Echt. Das gibt es nicht. Und ich habe Bar in mehrere Runden. Ich finde nicht wirklich viele Kisten. Das ist gerade mein Problem. Es tut mir leid, Schauf. Das ist keine Kiste, okay. Hier war auf jeden Fall jemand. Ich bezweifle, dass er auf dem Dach war. Schaffen mich nur die wenigsten hier aufs Dach. Ich muss zugeben, ich schaffe es auch nicht immer. Das ist so eine Sache mit dem... Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Vorfälleffekt gelungen. Hier war auch noch keine... Und noch ein XP-Fläschchen. Wunderbar. Jetzt ein Enchanter. Jetzt ein Enchanter. Stellen wir doch die Torte hin, doch. Können wir doch feiern, richtig. Oh Gott, ich habe Angst, dass wir jetzt sterben, ne? Dass ich das jetzt noch verkacke. Das könnte passieren. Weiß nicht, wo der Name hin ist. Das macht mir auch gerade Angst. Ich weiß nicht, ob da beim abgestürzten Flugzeug... Da ist der Name. Hallo. Hallo. Heißen Knochen. Oh, das musste ich machen, das musste ich machen, das musste ich machen, das musste ich machen. Das musste ich machen, es tut mir leid, Noah, aber ich hab dir nicht einmal Frieden gezeigt. Ich hab dir nicht einmal Frieden gezeigt, nein, nein. Oder Name, ich bin mir nicht sicher. Ist hier ein Verzauberungstisch, aber hier ist kein Verzauberungstisch. Nein, kommt schon. Oh, das gibt's nicht. Kurz nicht aufgepasst. Was ein Kack. Wir hatten Level, wir hatten Steinschuhl, wir hatten Bogen, es sah so gut für uns aus. Oh, das ist richtig ärgerlich und der hatte voll schlechtes Zeug. Der hatte schlechtere Rüstung als wer, es ist echt. Oh, das macht mich so traurig, aber... Ja. Ich bin jetzt ganz traurig, ich lade es trotzdem hoch, weil... Bis zum nächsten Mal, ciao. Oh, you guys. Ow. Hallo.